Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Parade von Final Fantasy 9. Jo, wir gehen uns schnell mal ankleiden, weil Bibi hat ja was gelernt und ich glaube Freya auch. Ah, zum letzten Stopp ist auch schon fertig. War wahrscheinlich eh das, ne? Wo ist es? Und die gute Freya, glaube ich, war es. Schwarze Gurt. Gut, ist noch irgendwas? Ja, ja. Da haben wir schon was. Refleckring. Immer den Fleck bis Hülsen kannst du sagen, super. Schön, dann gehen wir es wieder an. Oder weiter an. Bereik, wir kommen zu spät. Titane, dein Vorsprung ist noch nicht... Ihr Vorsprung... Sein Vorsprung ist nicht allzu groß, Quag. Jetzt können wir ihn noch mit der blauen Narzisse einholen, Quag. Hatte ich sowieso schon vor. Ihr habt's gehört, Leute. Auf geht's. Na dann... Aktivieren wir doch mal... ...die Räuberleiter. Und? Tschüss. Und da rüber, da rüber, da rüber, und jetzt, ja? Ist die noch so steckt? Nö. Da so, okay. Und da fliegt dahinten der Biskel, der Biskel, der Biskel, der Dreckiger. Wo will er hin? Und da hinten kommt unsere Partie. Mit der blauen Narzisse. Boah, die ist aber schnell. Da müssen wir aber ein paar Kohlen oder so extra reingekommen haben. Oh. Auf Nordpol sind wir jetzt. Verschlossener Kontinent. Verschlossener Kontinent. Da ist ja gar kein Schloss. Oh. Ja, der war schlecht. Und jetzt? Was nun? Das ist aber ein merkwürdiges Gebäude. Was erwartet uns dort wohl? Ich weiß ja wirklich nichts, was der Kerl genau vorhat. Und das interessiert mich auch nicht. Aber warum Icon? So, ganz ist mir das auch nicht klar, Quark. Aber sie kann doch auch Bestia beschwören. Ja, schon, aber... Moment mal. Du meinst doch nicht, er will genau wie damals bei Lily die Bestia? Mach dir keine Sorgen. Ich lasse nicht zu, dass der Aiko auch nur ein Haar kriegt. Und dann wird er mir aber ein paar Fragen beantworten müssen. Und wenn ich die Antworten aus ihm rausprügeln muss, ist er Drecksau. Die Gruppe... Ich will es ehrlich gesagt so lassen. Ja. Ist okay so. Kuja, du Drecksau. Da drüben? Ich glaube, da drüben ist es, ne? Umschauend würde ich vorschlagen, du machst sowieso uns erst dann genauer, wenn wir uns frei auf der Weltkarte bewegen dürfen. Würde ich persönlich vorschlagen. So, ich glaube, die Durchzugstrasse wird bald nochmal kommen. Ich lasse es mal kurz so stehen. Oder... 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 Ja. Einen Moment, meine Geduld bitte. Oder auch nicht. Na ja. WP auf jeden Fall. Hier geht es um ein paar WP-Kampf. Wir sind Fäden, wenn es schon passt. Und wenn es den Boti-Fäden kann es ja auch. Und dann ist alles wieder möglich hier. Kommt hoch. Mäh. Sieht da alles natürlich sauer. Das ist eh klar, weil er voll geschlagen worden ist. Dann wäre ich auch sauer. Oh mein ... Das ist es. Das ist ein Sch %8. Und ... Jetzt kommt die hin. WP 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 Jawohl, und fertig sind wir. Super, so. Und dann geht's gleich weiter. Jetzt ist die Frage, ob ich hier dann doch ein bisschen trainieren soll, weil man dort viele AP-Punkte auch kriegen. Für ein paar Fähigkeiten, für ein, zwei Level-Ups vielleicht. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt gar nichts anbieten müssen. Und auf jeden Fall speichern. Super. So. 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 Ich habe Gauda gelesen, statt Gauda. Ich habe Gauda gelesen. Mit der Fesera. Jetzt. Und ich würde sagen, wenn sie möchte, verheilen. Nein. Ich kriege keine so viel Damage. Wenn sie schlagen. Ich habe die Hand gelesen. Ah, jetzt geht es los mit mir. Oh, schon gut. Jetzt sind sauer. Das haben sie geschafft. Gratuliere. Oh, blitz. Ja, Schuss. Schwung. Ja, der macht schnell schlecht schaden. Damit. Ja. Eingesau. Und? Ja. Schaden bekommen. Die sind ja voll hartnäckig, diese Kücher. Total hartnäckig. Ich bin entsetzt. Akkuwelle. Äh. Jetzt bin ich dann so interessant. Ich habe meine keine Ahnung, dass ich ein Aile war. Eroh, der ist schon weg. Ich hoffe, ich habe bald und zweite. Was? Der Sand. Sehr gut. Fein gemacht, Yvi. Sehr gut. Einmal für Yvi, einmal für Freya und Yvi hat was gelernt. Super, ja, die Steinklima. Ups, 2.500 Gild. Yvilein, kannst du jetzt was Neues? Entschuldigung. Die Kapuze war es, ne? Dann würde ich sagen, die legen wir mal ab. Ich gebe mir mal den hier. Ja, weil vielleicht kann ihn schon jemand anderes genau. Auch, ne? Gut, die eher nicht, aber vielleicht die. Vielleicht. Später. Naffen. Titane kann es auch nicht brauchen, ne? Die Mönche. Naffen. Äh, Ability, eventuell zum Anliegen irgendwas. Wir haben jetzt drei. Okay, Autopotion. Schau mal jetzt. Gut. Äh, warte. Da war noch I-Gam. Da war noch... Was war da schnell? Ist das Antitode? Ich muss probieren, ich ein Graudierner. Na? Ist das Antitode? Na? Na? Na, drauf ist ja auch falsch. Oh, was? Ah, weiter. Ist okay. Entschuldigung. Dann gehen wir einfach rein in die gute Stube. Hm? Wer bist denn du? Wah, und wie, wie stolpert ihr da? Was treibt ihr hier? Das hier ist heiliger Boden. Ich darf also doch ein wenig um Ruhe dücken. Scheint wohl ein beliebter Ausflugsort für euch gesellte Zipfermützen zu sein in letzter Zeit. Die vorhin hatten auch keinerlei Manieren. Was hast du gerade gesagt? Kann hier etwa Typen vorbei, die wie wie ähnlich sahen? Eine Dreistigkeit, nicht zu tun. Ich bin Priester an diesem höchstheiligen Ort namens Estorgarz. Ich darf mir also durchaus einen respektvolleren Ton erbeten haben. Seid ihr etwa Freunde dieser höchst rücksichtslosen Reisegruppe von vorhin? Wo sind sie denn hin, diese Reisegruppe? Und war bei denen auch ein kleines Mädchen? Es geht um das Leben einer Freundin. Wenn du was weißt, dann sag es uns. Ein Leben ist nicht mehr wert als das andere. Und am Ende kehren wir wieder zu den Sternen zurück. Aber geht zur Insel des Lichts und beschreitet den Pfad der See. Was redest du da? War bei den Schwarzmagiern jetzt ein kleines Mädchen dabei oder nicht? Das Mädchen ist unsere Freundin. Und alle aus dem Dorf der Schwarzmarke waren auch dabei, oder? So sag doch was. Ich habe die Szene lediglich beobachtet. Was hätte ich denn tun sollen? Außerdem kam sie hier nur durch. Der Kleine? Ach so. Sie strömten hier in Scharen durch. Dieses Pataillon war dann wohl eure Schwarzmagier. Mit fast apathisch-sturem Blech gingen sie schnurstracks in Richtung des Vulkans gut. Vulkansbrug. Ja, er ist zwar schon seit längerem nicht mehr aktiv, aber man nennt diesen Berg, diesen Berg, Vulkansbrug. Man sagt, dass früher das Volk der Talpaten im Inneren des Vulkans gelebt haben soll. Aber, aber das ist schon eine Ewigkeit hier. Und seit der Eingang von irgendjemandem versiegelt wurde, ist dort keiner mehr gewesen. Nun ja, jedenfalls sind sie zum Vulkansbrug gegangen. Schön. Und hätten sie nun... Und hatten sie nun ein Mädchen dabei, oder nicht? Wenn du mich so fragst. Ja. Einer der Schwarzmagier trug ein Mädchen. Das war ganz sicher Eikug, hörst du, Zitane? Ja. Bloß nicht unnötig Zeit verdrödeln. Wir sollten auch sofort zum Vulkansbrug aufbrechen. Einer der Schwarzmagier trug ein Mädchen. Ich wollte gerade schauen. Da drüben ist doch jemand noch hingegangen, ne? Vielleicht kann man hier was kaufen, oder so, ne? Tatsächlich, da drüben ist hier jemand. Hallo? Er bist du? Ach, wenn das hier doch nur ein bisschen wärmer wäre. Äh, ja. Okay. Man nun kann das Stimmen vom Vater Seelen manchmal zum Priester sprechen werden. Ja, da hat er einen an der Waffe, wollte ich sagen. Ja, genau. Und ich wollte nicht genau verlassen. Mein großer Bruder Gatz ist nicht hierher gekommen, um dem Vater Seelen anzubeten. Aber was will er dann hier? Vielleicht ist es ein Mädchen, oder so, ne? Alte Frau. Sie ist so, oh, er fühlt sich, fühlt sich wieder jung. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und du, wenigstens? Einen schönen guten Tag wünsche ich. Was darf es denn sein? Ich bin gleich weiter. Die nehmen wir auch 2 und jetzt geht es bald immer aus Zypressenstock, 8 Kants, Supergabel, Eponistenreif, Pjadereif, Warte, wir verkaufen jetzt mal was und zwar habe ich keine Ahnung was. Was können wir denn verkaufen? Zum Beispiel Organic, soll ich sagen, also 3x3 haben, Polaris zum Beispiel, da können wir mal eine hergeben. So, verkaufen wir Ihnen hier gezeigt. Was hält man denn noch? 3. Beritot zum Beispiel, da könnten wir 40 verkaufen zum Beispiel, da haben wir immer noch genug. Leder am Reif, würde ich sagen, das muss jetzt, da kann man wohl jemand da verschimmeln. Mitringfäustlinge zum Beispiel, würde ich sagen, können wir 2, würde ich sagen, 2. Seitenehm, das ich auch mal. Was hätten wir noch? Eine große Hanisch, na gut. Äh, was? Nein, sonst wurde es heute nicht. Große Hanisch, warte. Große Fäustlinge. Große Ankellen. Also, äh, verkaufen. Einladen. So, Phoenix Downern lassen wir auch noch. Ist der Topaz das wert? Na. Mit den Rüstungen über einige hergeben. Ja, die Steine. Der ist aber gar nicht so wenig wert, ha? Würde ich sagen, da können wir schon 40 hergeben, oder? Da haben wir immer noch genug. Da können wir auch einen hergeben. Da können wir auch einen hergeben. Da auch. Passt. Die können wir da kaufen. So, dafür haben wir jetzt nur eins Jagdspieles. Das passt. Acht Karten immer. Zweimal. Ich nehme jetzt nochmal einmal mit. Okay, jetzt stehe ich mich auch noch einmal mit. Wohl, was haben wir? Wohl. Back, Back 10. Infektion hebt es aus. Und wenn wir mal gerne noch spielen. Warte, 30 würde ich sagen. Gut, vielen Dank und beert uns mal wieder. Aber sicher doch, Herzchen. So, wenn du anlegen kannst du uns irgendwas... Ja, freiwillig, das kann ich nicht mehr spielen. Kann hier jemand spielen? Bitte. Unfassbar, oder? Na, was tust du? So. Das ist auch nichts. Das hat er. Killingmäuschen. Lass es mich... Da war das. Die Allzweckbeste. Und alles wieder nichts. Also, dieses braucht es irgendwie. Sehr gute Bibi. Das ist der beste Stock. Das ist out. Jetzt kommen wir den Achtkarten. Feuerga, Eisga und Litzga. Alle drei auf einmal. Ja, wo ist da unnarisch. Vergessen und meine Bibi. Der hat da noch. Der braucht da noch. Der braucht da auch noch. Und die gute Freya. Er hat die Hände Bicke. Das schaut auch nicht besser aus. Na, da ist auch noch alles gut. Passt. Hier gibt es nicht so viel Schmied, oder? Moment. Ne? Und die Schweif. Okay. Schau. Das ist damals eine gute Chance, ne? Ah, geben Sie mich mal. Servus. Gut. Dann haben wir noch mehr Leute. Servus. Kleiner. Der Priester ist ein echter Schnuckler, oder? Oh, ich würde auch nicht so ein bisschen aufpressen. Oh, oh, oh. Wir treffen uns hier manchmal heimlich. Aber sag's keinem. Guten Tag. Bist du auch hier, um die Insel des Lichts zu sehen? Willst du was von dieser? Neun. Ich bin nur deinetwegen hier auf der Durchreise. Durchreise. Ach so. War es im Ernst? Ich will es probieren. Überlöse mal. Oh, das ist aber süß. Ich heiße übrigens Lisa. Ab und so treffe ich mich hier mit ganz... Du störst. Sag mal, Lisa. Wollen wir uns nicht mal die Insel des Lichts anschauen? Ja, würde ich leben gerne, aber... Bist du scharf auf eine Tracht Prügel, oder was? Mein Freund sieht das bestimmt nicht so gerne, weißt du? Moment, da steht gerade neben dir, Lisa. Schau, dass du lang gewinnst, du Sockel. Ich habe mir auch keine Tracht Prügel, die Schmerzen nachgelaufen. Oh, 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 oh. Noch gehör ich dich zum alten Eis. Neun, neun, nein. Oh, nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Und du, was du was zum sagen? Welcome, welcome in Estogast. Die Sterne sind der Ursprung alles Alte. Die Sterne schenken uns das Leben und wir leben im Einklang mit den Sternen. Jawohl, so ist es. Hier in diesem einzig wahren Heiligenort könnt ihr den Pfad der Seelen anbieten, der sich auf der Insel des Lichts befinden soll. Aber aus aller Herdländer scharen sich die Pilger um den Pfad der Seelen zu holen. Nun ja, seit die Schwarzmache hier vorbeigekommen sind, wimmelt es hier so von uns. Deswegen trauen sich in letzter Zeit kaum noch Pilger hierher. Wenn ihr erschöpft seid, dann könnt ihr für 100 Geln übernachten noch nicht teilen. Das ist gut zu wissen. Der Priester lässt uns pennen. Ein Mogri. Ja, grüß dich. Mord nett dazu. Morissa, Morissa. Heute Morgen erhält ich einen anonymen Brief, musst du dir vorstellen. Da ich mich etwas fürchte, lass uns bitte zusammen lesen. Kupo. Aber gern doch. Von Mogrimilien an, Morissa. Morissa. Was für eine Katastrophe. Ich habe zu viel davon verbraucht. Jetzt ist keins mehr übrig. Hast du noch wissen, welches im Reserve? Oh nein, was mache ich denn jetzt? Aber Morissa, Morissa. Ich sage dir doch, du darfst nicht zu viel davon... Ähm, was meinen die bitte? Wir werden speichern. Jo. Wir speichern. Wir speichern. Anna. Wir speichern. Ich hau's noch mal. Fuh, ist gut, glaube ich. Ja, die ist... Nein, nichts mehr. Danke. Glück. Nichts, danke. Wir gehen vielleicht mal da rüber. Mal schauen, wo's hier lang geht. Aha. Ein Tempel. Vulkan Guru. Aha. Mein Erinner-Mich ist wieder da. Tschüss. Wir schauen uns zuerst da drüben noch was an. Der Pat heute ist eh gleich zu... 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 Aber ein paar Minütchen hätten wir noch, können wir theoretisch noch ein Bild, was da drin ist, anschauen und dann ist es wieder gut. Und auch hier ist alles versteckt, ihr müsst da wirklich, also müsst ihr nicht, wie soll das da gründlich sein? Anschlag. Damit der Brunnen benutzt werden kann, muss erst der Schalter nach unten gelegt werden. Tura von Volk der Talpana. Der Talpana. Oh, da könnte man jetzt glatt wieder was falsches verstehen, ne? Talpana. Aber Alpana sind nette Leute, bestimmt, da gibt es welche, ganz sicher. Auch bei uns Europäern gibt es bestimmt den ein oder anderen netten, da bin ich ganz, ganz sicher. Wow, einmal Eta. Die Bucke ist so schön, die Musik gefällt mir, la 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 und das ist der Schalter. Das ist der Schalter hier. Rotkäppchen haben wir gefunden. Wo ist denn der große böse Wolf? Das ist Zitane. Was? Ich hab auch nichts gesagt. Was? Ui, geistert! Warte, das wäre dann erstmal für Queen, vielleicht? Oh je! Äh, Essmagie! Dann nehmen wir es doch mal mit... Mit Feuer, ne? Mit Feuergarten! Queenie-Näutchen! Wir trinken mal Atmos da! Und dann... Das ist eine neue Fähigkeit! Drag-O-Gramm! Gefügt dem Gegner physischen Schaden zu! Komm mal probieren oder? Und natürlich zieht deine Bäume! Und die Anwuchs sind schnell! Wie ist der Anfang? Wie ist der Anfang? Wie ist der Anfang? Hat das Volker geholfen, wie er bereits geschaut? Wie ist der Anfang? Wie ist der Anfang? Wie ist der Anfang? Wie ist der Anfang? Boah, schau! Wie ist der Anfang? Im Himmel! Okay, viel Schaden war es gerade nicht, dass es ein Lost-Shop ist! Das reicht schon! Das wollte ich nicht sagen! Ah! Eis- und Feuer-Attack! Okay, eine Eingecher-Allergisch sein gegen... ... Eggas-Fulk mit Blaumut! Letzt, ne? Dadaaa! Hau! 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 WUSH! Der ist weg! Der wird ganz gut sein gegen... ...Eis- und Wasser-St Dash! Ja! Verdonnerung! Heideka! Große Gute! Nein, okay. Dazu will ich den Schwer-Thingsverdut gewesen an dieser D-Wertang. Oh nein! Ui, Freya! Das hat gesessen. Ja! Lilly hat ihren Abbereich und die Fähigkeit Vollmond erlernt. So wie du das abzunehmen Karte bekommt. Opa, so total! BAM! BAM! Wir legen der Lilly was neues an! BAM! BAM! Da geht's nicht rein! Nein, niemals nicht tut das! Nein, nein, vergiss das was ich gesagt hab! Da geht's nicht rein! Geh einen anderen Weg! Komm! Und schleich dich! Hier geht's nicht weiter! Kapierst du das denn? Was? Was? Was war das gerade? Da war was? Da war irgendein Viech! Da war irgendein Viech! Das war's für heute! Jo! Was bist du für Unkraut? Was? Was? Eine neue Art von Ytramos! Eine Pflanzfunk! Ein Arzt! Wir Rüfen! Boah, es kommt da gut sein! Nehmen wir vielleicht den Arztmus! Dann Angriff für das beste Verteidigungsgefäch! Also Pflanze vielleicht brennt sich besser! Der im Marsınız! Der im Marschnitt! Von Gold und Kalos! Die Baubau! Hör! Der im Marsch! Der im Marsch! Der im Marsch! Und jetzt kommt der Schlech! Der im Marsch! So, das hört man so gut gleich. Zauber. Super. Wir haben mal den Klub sucht und Wasser und Atmos erlernt. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Dann tun wir noch mal schnell umkleiden. Dann passt das für heute. Atmos ist fertig. Wir nehmen Leviathan oder sollen wir was anderes nehmen? Shiva? Eine Shiva, Ifrit oder? Nein, nein, wir nehmen. Wir nehmen Leviathan. Oh yeah. Yeah, yeah. Leviathan ist gut. Wer hat noch was gelernt, Vivi? War das der kleine Suse, Vivi? Ich glaub, das war er. Er kriegt was Neues. Heißt, angreifen wir. Weil der Kristall angreift, dann wird wir weiter skillen, dann können wir badappen. Da wird, glaub ich, nichts sein, oder? Ich darf das mal durchschauen. Ich hab immer Schiss, dass da irgendwas so passiert, aber ich glaub nicht, ne? Ach, 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 ach. Na, der Jahre will, jetzt bringt ja gar nichts, ne? Na, ich bin so gar nicht, das hat man schon durchgeschaut, ne? Da bin ich im Aufmerksam. Na, da ist Gott. Okay, passt. Dann sind wir für heute fertig. Ich geh da noch mal raus, damit ich beim Bogen nicht speichern kann. Baum, baum. Weil das war gut. So, das war's dann wieder für heute. Wow, yeah. Im nächsten Part geht's eben weiter mit dem schönen Vulkan hier. Ich denk, vielleicht passt's ja auch, dass wir ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, ja, selten. Vielleicht passt's ja, dass wir, ähm, ein bisschen, weil das wär's billiger gewesen beim Dingens, ups, mischt. Ähm, das wollte ich schon beim Vulkan noch weitermachen, vielleicht auch ein bisschen leveln, das bei mir ganz persönlich ganz, ganz, ganz recht. Weil unsere, ähm, ja, Zetal ist eh schon OP, der ist eh schon stark genug, aber die anderen müssen nachziehen. Jo, er wird definitiv der erste sein, der Level 90 erreicht, ha, oder 99 in dem Fall. Na gut, macht ja auch nix. So, ich danke dir. Und ich danke euch, meine Lieben. Das war's wieder für heute, mit Überlänge. Juhu. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.